Blasch um ich kann für die nächsten Tage nicht mehr im Black Ops spielen darum ich lese mal vor im Team Faction wurde aus wurde das Spiel in den Call of Duty Black Ops Servern vorübergehend verwehrt weitere Informationen auf ewe von Call of Duty.com 32 Stunden bis zu gut gewährt ja das ganze ist passiert ja aber ich geboostet habe und ja macht es lieber nicht boosten bei Private Match und das schien nur Ärgerin naja, tschau